Wenn es dann Richtung Galoppwechsel geht, dann brauchen wir eine Kontrolle der einzelnen Körperteile und die müssen wir uns in allen Gangarten erarbeiten. Dann kommt natürlich noch Takt dazu, natürlich ein gewisses Gefühl vom Reiter, sodass das Ganze Richtung Galoppwechsel funktioniert. Ich will mal ganz kurz meine wichtigen Bausteine erklären, die ich für den Galoppwechsel brauche. So, nun haben wir erstmal ein simples Schenkelweichen im Schritt. Das heißt, das Pferd wird nur minimal nach links gestellt, wird aber von mir aus gesehen nach rechts verschoben. Wir haben ein überkreuzender Vorder- und Hinterbeine und erstmal ein ganz wichtiger Baustein für mich, für den Galoppwechsel. Das Pferd wird leicht verschoben, per Schenkelweichen verschoben. Natürlich fangen wir an mit dem Gruppeherein oder Travers. Das heißt, hier jetzt erstmal relativ langsam im Schritt. Das Pferd soll vorne auf 12 Uhr bleiben, beziehungsweise darf leicht nach innen gestellt sein. Man soll die Gruppe leicht hereinschieben. Und dementsprechend ist es immer wichtig, dass das Pferd nicht mit der Schulter nach innen drückt, sondern die Schulter immer aufgerichtet lässt. Und das in allen drei Gangen. Halte die Schulter des Pferdes leicht in die Gruppeherein oder Travers und biege wieder ab. Und mach dasselbe Grad noch einmal. Und wieder der Bande entlang, haltet die Schulter des Pferdes, schiebt die Gruppe etwas rein. 2, 3, 4 Dritte und wieder abbiegen. 3, 4 Dritte und wieder abbiegen. Und ein ganz wichtiger Baustein ist die Bewegung von Schenkelweichen. Das sollte dem Pferd frühzeitig beigebracht werden. Das kann ein junges Pferd schon über Wochen und Monate im Schritt machen. Auch wenn es noch gar keine Kraft hat, hat es vielleicht mit dem Traf oder dem Galopp zu tun. Aber im Schritt kannst du es lernen. Von Schenkelweichen in Travers. Weil wie gesagt, das mein Baustein ist für den Galoppwechsel. Entschuldigung, das zeige ich jetzt mal kurz aufgeschüttet. Also in dem Fall jetzt vom Schenkelweichen nach rechts. Nie ausgesehen. Umsitzen in eine Gruppe herein nach links. Das wäre die Körperausrichtung für den Galoppwechsel. Nach links natürlich. Ich gehe jetzt selber dann natürlich im Brat. Vom Schenkelweichen nach rechts. In eine Gravea oder Gruppe herein nach links. Weiter wichtiger Baustein ist natürlich der Audengalopp. Also der Audengalopp wird sehr bald erarbeitet. Sehr bald ist ein relativer Begriff. Also sobald ein Pferd bei mir ziemlich sicher links wie rechts angaloppieren kann, dann beginne ich mit den Audengalopp-Passagen, weil die doch wichtig sind. Und ich zeige da gerade noch ein paar Elemente daraus. Das Pferd sollte überall und an jeder Position der Reitbahn den entsprechenden Galopp aufnehmen können. Das heißt, es sollte weit über den Bereich hinaus sein, dass links herum nur ein Linksgalopp geht, rechts herum nur ein Rechtsgalopp. Weil das Pferd auch im Audengalopp angaloppieren kann, ist ein wichtiger Bestandteil im Galoppwechseltraining. Aber falls das Pferd einen Fehler macht beim Galoppwechsel, müssen wir es eventuell wieder in den Audengalopp korrigieren. Und das geht natürlich nur dann, wenn das Pferd einen Audengalopp kann. Deswegen lege ich großen Wert darauf, das Pferd überall. In dem Fall ob ich jetzt mal rechts ab, auf dem Zirkel nach rechts, aber es wird in den Linksgalopp anglaufen. Selber andersrum, falls ich drehe jetzt um, wäre eigentlich der Handgalopp links. Und das Pferd im Rechtsgalopp los. Selber wieder andersrum, falls ich das Pferd wieder rechte Hand mit auch normalen Linksgalopp. Was das Pferd als nächstes tun wird, ist eine ganz, ganz wichtige Linie. Das Pferd wird gleich im Außengalopp hier entlang kommen und im Außengalopp wird die Schulter zur Seite geschoben. Ich sage immer, die Schulter aus dem Weg räumen, damit der Wechsel nach links leichter wäre. Also ganz klar, das Pferd muss gleich hier runtergaloppieren, hier gerade runter, jedoch im Außengalopp, das wäre der Rechtsgalopp. Und dann beginne ich auch im dritten, vierten Hubschlag, dass das Pferd im Rechtsgalopp den dritten, vierten Hubschlag entlangläuft. Dann werde ich die Schulter des Pferdes rausheben, aber nicht wechseln. Das ist mein Plan und diese Linie sollte für das Pferd auch vertraut werden. So, und nun nochmal ganz langsam. Im Schritt, wie war das nochmal? Ich hebe die Schulter rauf, die Henkel weichen hier rüber, sitze dann um ins Koper herein. Jetzt. Das wäre die Aufforderung im Trägerlobwechsel. Das gerade jetzt nochmal ganz kurz im Draht hier. Wieder. Wir werden rausschieben, umsitzen, wechseln. Bis zum nächsten Mal. Beim Wechsel in den Außengalopp an der langen Seite müssen wir natürlich umgekehrt vorgehen. Das heißt, wir sind gerade vorher dritter, vierter Hubschlag geritten und haben das Pferd nach außen verschoben, um dann in Handgalopp zu wechseln. Jetzt werde ich das genau Gegenteil suchen. Ich werde außen beginnen zu galoppieren im Hubschlag, werde Viereck verkleinern, werde das Pferd nach innen verschieben, also nach rechts innen verschieben, um dann in den Außengalopp nach links zu wechseln. Das wird der Plan sein. Im Hubschlag geritten Für cela in den letzigen qui跟您 schnauzen. Jetzt wird das ist poop ,